Was geht YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Video auf dem ganzen Scorpion Place, Leute, es ist die Season 5 draußen. Ich habe ja gestern schon kurz gestreamt, bis der Stream einfach abgekackt ist und ich mir so dachte, okay, das war es wieder komplett, Leute. Ihr seht schon, Map ist neu, ihr kennt das alles schon in den letzten Tagen selber gezockt, Leute, ich muss nichts sagen. Aber, ich habe jetzt Bock, ein bisschen für euch aufzunehmen, wie immer die besten Momente zusammenzuschneiden, gucken, was heute dabei rauskommt, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten, keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Im Übrigen, hier seht ihr schon den Toilettenpapiergleiter, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wir fliegen natürlich direkt in die neue Stadt, hier in der Wüste, nach, wie heißt es, Paradise Palms, Leute. Palms, so muss man es auch aussprechen. Und ich will sagen, guck mal nochmal, was so passiert. Let's go. Ihr seht schon, neuer Skin, hier neuer Gleiter. Das ist doch super. Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Immer weiter, das ist nämlich auch mein Sprichwort. Ja, komm, machen wir das so, nehmen Sie mich hier die blaue Börse. Als ob wir noch nie was anderes gemacht hätten. Ich habe echt zwei Dildos hier an meiner Spitzhacke, Leute. Wo ist der Gegner hier? Da. Tja, so macht man das, Leute. How to steal a kill, Leute. Also ihr kennt es ja, ich versuche jetzt mal, meine Fortnite-Videos so ein bisschen mehr zu machen, wie ich die COD-Videos gemacht habe, weil das hat mir immer sehr gefeiert. Nur eine Sache ist natürlich dabei wichtig. Und zwar, ich muss mich echt weniger konzentrieren dann. Und deswegen muss ich besser werden. Eigentlich lustig, oder? Aber genau so sieht es aus. Ich helfe dir sogar im Abbau. Guck mal. Da holt er sich die Kiste. Na, also ich bitte dich. Oh, wir sind sogar mal nicht komplett außerhalb der Zone, wie man es eher sonst eigentlich meint. Ich denke immer, richtig high kill round wird das hier nicht, aber eine high chill round. Danke. Haben wir den auch noch? Ah, hier ist das Auto direkt. Ah, warte, wir werden gepusht. Leider keine... Netter Anfang, würde ich sagen. Auto haben wir auch dann für gleich. Nehmen wir noch ein bisschen Holz, aber der eben hat uns gut Holz mitgebracht. Danke dafür, Alblali. Ein bisschen habe ich mich schon verbessert. Klar, ist noch nicht ultra gut, aber auf jeden Fall kann man sich das jetzt anschauen, im Vergleich zu früher. Das ist doch nicht wirklich eine Scar, oder? Doch, Leute, es ist einfach eine Scar. Ah, da oben. Ja, er sammelt das Ding ein. Sehr sympathisch. Ups, Olli. Wärst du mal ein bisschen einen Schritt schneller gelaufen, Olli. Ich würde sagen, der Loot kann sich echt sehen lassen. Erste Runde, die ich versuche aufzunehmen hier. Wäre natürlich nice, hier mal weit zu kommen. Hinten hat auf jeden Fall einer gelootet. Das war wahrscheinlich der gegen den wir eben... Da hat jemand ein Portal benutzt, okay. Ich finde diese Wüstengegend sieht geil aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich finde diese Wüstengegend einfach schön. Alles klar, Digga. Oh, oh, Leute. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Das ist aber leider runtergefallen, Leute. Egal. Erste Runde ganz nice, würde ich sagen. Ich hätte ihn einfach im Flug töten müssen. Mein Winkel hat nicht genau gepasst. Ich hätte einen Meter weiter drüben stehen müssen. Hätte ich ihn wahrscheinlich gekriegt. Eww, wow, Schein. Leute, das sieht doch mal aus, würden wir jetzt mal schön zum Piraten... Ich sage immer Piratenschiff, zum Wikinger-Schiff segeln, Leute. Das sieht doch gut aus. Okay, sobald wir los können, fliegen wir direkt drüber. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. I'm flying on sunshine. Also, weil das war sehr, 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 sehr schlecht. So. Ja, einer ist direkt ins Portal geballert, Alter. Direkt einer, oder? Ja, Leute, sorry, was will ich so machen gegen die beste Waffe im Spiel? Es ist halt wirklich so, ne? Die Shotguns kannst du seit C-75 wirklich die Mülltonne aufmachen, rein mit den Shotguns. Aber die MPs, Leute, die kannst du verwenden wie Kondome, Alter. Leute, wir fliegen jetzt nochmal ganz entspannt in eine andere neue Stadt, wenn schon das Wikinger-Boot nicht so gut geklappt hat. Und zwar Lazy Links, Freunde. Da ist übrigens der Stream gefreezed, also gutes Vorzeichen auf jeden. Okay, gib mir das. Was machst du denn hier, Digga? Was ist denn der Tür? Digga, was machst du gegen die MP? Okay, gucken wir doch mal, vielleicht einmal Glück in der Kiste. Oh, ja, nicht schlecht. Ich finde, Verbände wechseln ist irgendwie so das geilste an Fortnite. Hier so die Verbände. Dauert immer eine halbe Stunde pro Verband. Einfach geil. Das nehme ich gerne hier, das Blue Life. Wo fährt der hier rum mit seinem Golfmobil da unten? Ah, 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 okay, ich darf nicht bauen. Ist der dumm? Hat der mich schon vergessen, oder? Ja, Leute, der Typ schluckt unendlich. Unendlich einfach. Der Map ist hier halt so offen, ne? Das ist halt krass. Das ist so offen hier. Deswegen geht hier auch keiner hin, glaube ich. Er hat einen Raketenwerfer. Das ist doch ein Witz. Ich warte die ganze Zeit zu schießen und er hat einen Raketenwerfer, Digga. Mein Gott. Leute, oh mein Gott, wie viele Leute hier rausgesprungen sind. Oh mein Gott, wie viele Leute hier rausgesprungen sind, Leute. Digga, hier wird so viel los sein jetzt. Okay, okay, jetzt sind wir nur einigermaßen. Okay, Lucky Landing sind gerade ungefähr so viele Leute wie normalerweise enttötet. Was sage ich? Lucky Landing, Paradise Pawn. Ich brauche jetzt eine Waffe. Schnell. Ja, okay. Okay, Leute, hier ist so viel Action. Und natürlich genau jetzt kriege ich keine Waffe. Okay, gib mir das. Das nehme ich gerne. Okay, was war das für ein Bug? Was war das für ein Bug, Leute? Ich konnte ihn einfach nicht anschießen. Ihr habt es ja gesehen. Ich hätte mir in so eine Richtung geschossen. Klasse, wie frech er war, ne? Die Runden fangen immer ganz gut an, eigentlich, ne? Okay, 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 der hat mich gut gefickt. Oh, belastend, ey. Mein Gott, Mann. Der Anfang ist immer gut und danach kommt irgend so einer. Ich habe immer zu wenig Material. Ich bin jetzt, glaube ich, in jeder Situation gestorben, weil ich zu wenig Material hatte, ne? Das ist halt echt behindert. Aber das kann nicht sein. Ich fliege jetzt nochmal darüber. Das ist ja nicht normal, Freunde. Let's go. Das Ding ist, ihr kennt mich. Ich bin halt so aggressiv am Anfang. Ich muss halt am Anfang direkt Kills machen, sonst geht's nicht. Also direkt Kills und let's go. Sonst passt es für mich einfach nicht. Das ist halt einfach so. Wenn ich jetzt irgendwo runtergehe für ein Save-Win-Spiele, ich kann es... Ich werde da einfach einschlafen, so. Okay, das ist ziemlich perfekt hier. Das wird mir keiner nehmen können. Fast hätte es mir der Lack genommen. Boah, das ist perfekt. Gib mir das schnell. Jetzt machen wir Action. Digga. Der hält schon alle Waffen der Welt. Wie man alle Waffen in einer Sekunde bekommt. Tauri kann er machen. So. Kurz mal ein bisschen aufgeräumt hier an der Stelle. Hier scheint eine Kiste zu sein. Gefällt mir. Gebt man was Gutes? Wow. Legendäre Kiste. Auf Range kannst du das Ding halt knicken, ne? Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Leute. Ich dachte niemals, dass er diesen Schuss noch überlebt. Drei HP, Leute. Drei HP. Das ist nicht normal. Oh, ist das... Da war noch so viel geiler Loot. Oh, das ist so ärgerlich. Boah, ich hätte alles machen können, um den Typen da rauszuholen, ne? Kennt ihr das? Man ärgert sich später so krass. Ich hätte da alles machen können. Alles. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal nach Dusty im Urwald. Und dann haben wir, glaube ich, alle neun Städte zumindest gehabt. Also ich hätte natürlich auch Bock, ne Runde zu gewinnen, aber ihr seht schon, Leute, wie es gerade läuft. Ich bin einfach auch so offensiv, dass hier zu landen ist auch schwerer, als auf einem richtigen Flughafen zu landen. Oh, 200 Leben kann ich mir machen. Sehr gut, Leute. Schöner Anfang. Schöner Anfang hier. Ich finde es so dumm, dass man hier nur noch 20 Material findet, wo Bauen so wichtig ist, ne? Wir können jetzt mal ne chilligere Runde versuchen. Aber ich kann das nicht. Ich finde, das sieht besser aus, dass das hier. Ich finde das irgendwie schöner. Ich weiß nicht warum. Also hier ist echt keiner hingekommen, außer eine Person. Ich glaube, das haben die gemacht, wenn man sonst hier unten immer so absolut tot war, wenn man hier nicht zufälligerweise diesen Stein in der Hand hatte. Weil hier drin warst du ja von allen Seiten sichtbar, komplett easy to kill. Und hier konnte man ja nicht mal hochlaufen. Jetzt kann man das, glaube ich. Ja, dann gehen wir da hinten ins Portal und fliegen nach... Oh, oh. Okay, jetzt gehen wir ins Portal, Leute. Man kann eigentlich voll am Portal rumchillen und gucken, ob jemand kommt. Und dann geht man so hier zum Beispiel so ein auf den. Vielleicht werde ich jetzt gesniped. Okay, Leute. Okay Leute, hier ist der Typ mit seinem Goldmobil, der will sich noch den Loot holen da. Hätte der mich jetzt geholt, das wäre wirklich so lächerlich gewesen. Okay Leute, das sind zwar nur 4 Kills, aber die waren irgendwie spannend, die 4 Kills muss ich sagen. Die haben sich auf jeden Fall gut angefühlt. Und let's go. Da kämpfen die. Da könnte man sich eigentlich versuchen einzumischen. Das war der schlechteste Spiel der Welt und ich verdrücke mich und hab den Schlürfer in der Hand. Alter, das war so schlecht, der war so bad. Okay Leute, ich würde sagen, ich bin die Season 5 Legende. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und tschau tschau. Okay. Okay. Bye.